äh was zum teufel 3 vs 3 aber ich muss eh mehr panken 2v2 sogar krass 2v2 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 jungen wir soll von uns picken ich oder der andere oder charges gut als ob der charter ist in das auf dem ist doch gerade auf ich bin leicht ich kann ja ein clip machen ja keiner traut sich direkt weg nein mate stopp ihm scheiße ja die films sind doch eher aufhütig alter das ist nicht wahr ja toll super hab ich gesagt wer einmal ripe ist oder einer stirbt dann ist vorbei ja jetzt ja ja und ja ja ja